Würde ich mal sagen, strecken wir ihn klein mal. M67 geht raus zwischen dem Tanker. Ich hab ihn getroffen! Oh, oh mein! Der ist auch ziemlich gedämpft gewesen, die Asuna. Das war sehr sehr dolle sogar tatsächlich. Okay, weiter zum Medic. Nein, gehe ich nicht. Alter, ich hab's gesehen. Ja, da hockt er. Zwei, einer down. Zwei down. Ich gehe Werkstattseitig hoch. Dritter Spieler down, ich lade. Können wir gleich nochmal gucken, wieviel. Spieler down. Das Auto, wenn man aus dem Gate rausläuft, oder wo? Nein, in der... Ach, da. Ich hab'n, mit'n Nate down schon. Ich bin am Auto. Ich hab' schon den einen... Er schmeißt nen Nate! Was ist denn hier los? Er zeigt mir den Finger und schmeißt nen Nate! Nein! Ich hab'n Ladehemmung bei nem zweiten Schuss. Was ist das denn? Ich hab'n B-Wache raus. Ich hab'n B-Wache raus. Ich hab'n B-Wache raus. Was? Was? Feind, Feindhalle 3. Feindhalle 3. Was? 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 Der Skev hat mich genaded, alter. Achtung, rennen voraus. Nein, wir sind doch schon recht weit weg, also noch was, noch was, noch was, zwei Skev-Layer down. Ich schmeiß mal einen naten hier, ich muss schon den Tunnel aus. Ist der richtig da drin, wo die Leiche ist oder drunter? Ich habe ihn genaded, glaube ich. Nee. Ja, ich habe Tunnel schreit gehofft. Niemals. 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 Was war denn das für ein Nate? Oh mein Gott. Okay, ich komme aus dem Tunnel raus, Achtung. Ich muss mal wissen, wo der stand. Direkt in den Bunker. Nee. WTF? Niemals. Niemals. Oh mein Gott. Niemals. 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 Ska. Okay, dann... Oh... Würd ich mal sagen. Strecken wir ihn klein mal. M67 geht raus, Fischung-Tanker. Mörder schlagt, folgt. Ich hab'n getroffen! Er hat Öhr gerufen! Ohne Mist! Scheiße Rolle! Shit! 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Get ready to empty Ich hab'n get roofie Was ist das? Ja, wir haben ihn. Jawoll! Eine Lochtreppe. Ich gehe kurz ins Bad, mir jetzt nicht so gut. Einen hab ich. Oh mein Gott. Wollt ihr was? Ich bin down. Das war aber nur ein Scaffi. Alter. Die Loks hat noch hingeschossen. Ja, das wird doch nicht. Hört jetzt gleich. Oh mein Gott. Okay, das ist echt unverschämt. Jawoll. Ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt. Oh mein Gott. Das ist legale. Das ist legale. Das ist legale.